Wir sind jetzt am Stand vom Austria Alpine. Besonders sind eben die Schnallen. Die Cobra, die kennt man ja eigentlich schon. Hat sich seit Jahren jetzt schon bewährt. Ist immer weiterentwickelt worden, immer weiter optimiert worden. Die Cobra gibt es in verschiedensten Ausführungen. Wir haben jetzt vor allem neu die Beschichtung. Die ist vor allem farbecht, ist langlebig und vor allem auch matt. Also fügt sich in die taktische Ausrüstung noch deutlich besser ein als vorher. Und das ist jetzt ebenso die besondere Neuerung. Austria Alpine stellt auch Eisgeräte her, Karabiner, hat Sitz in Österreich. Und an sich eine sehr coole Firma. Und schaut einfach mal vorbei auf deren Webseite. Auch auf alle Fälle cool hier am Stand vorbei zu schauen. Und vor allem die neue Beschichtung mal zu sehen. Sehr nice.